Leute, hier ist der behinderte Mensch. Gibt es in die nächste Folge? Ja, direkt. Nein. Wo ist mein Holz? Du hast mein Holz gestorben. Ich gebe dir mal dein Holz, Wörthi. Das Wuchst, du hast mein Holz gestorben. Dankeschön, du Achatspie. Jetzt sind meine Diamantenschuhe kaputt. Wunderschön. Ahahahahaha. Boah, jetzt jungen meine Augen. In der Folge wollten wir dann doch mal einen unteren Schockwerk einrichten. Ein bisschen zumindest. Du hast eh noch mal den einen Part. Hä? Du hast nur noch den einen Part, oder nicht? Jaja, aber dann können wir es nur, wenn irgendwas dauert, länger machen, das ist dann egal. Kann ich nicht Game Mode haben, das ist Game Mode. Warte. Ich gebe dir Game Mode. Bitteschön. Dankeschön, das ist kein Game Mode. Joach, das ist Game Mode. Das ist Game Mode 2. Ach, wie, 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 die? Geh mir gleich hin. Ich kann dich immer noch hauen. Das ist schon mal was Gutes. Das ist auch kein Game Mode 1. Das ist Game Mode 0. Ja, du baustest jetzt auch noch mal auf, weil ich in dieser Welt wird nichts ercheatet. Na, Rico? Wer ist Rico? Ach, ein Typ, der hier war und gecheatet hat. Ja, wie? So, ich wollte in der Werkbank bau... Werk, 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 Werk... Gesundheit. In der Werkhand bauen. Ja, dann lass dir die Zeit. Du wolltest den scheiß Huren zum Bauen. Wir machen jetzt einfach hier einmal komplett eine Werkbank. Das ist mir scheißegal. Ich bin jetzt unkreativ. Und krank. Im Kopf und in der Birne. Und physisch. Physisch? Physisch. 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 Das sieht doch toll aus, oder? Ich glaube, ich muss gleich niesen und dann werde ich gerne gesloten. Möchen und die Birne. Jucka. Und da drüber kommen Leitern. Ich weiß nicht, warum. Da hängt dann... Da hängt dann einfach Werkzeug, das da gerade fehlt. So. Und die Musik passt gerade echt total. Wenn ich hilf ihm. Oh, die Stiebeide sind die Hild. Du 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 Runrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrunrun Hallo? 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 Wo komm ich denn runter? Kannst du unten ein Wasserbett machen? Das ist super. Es hilft nichts. Doch. Wirklich? Wie echt der wird. Oh, sehr schön. Dankeschön. Und eine Axt. Und Scheibblings. Echt wie Scheibblings. Oh, ich habe deinen Kopf gut gemacht. Das war schlecht. Ja, kack, sieht mich rein. Sehr schön, sehr schön. Aua. 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 Was? Das wird jetzt nicht gebrochen. Ich habe dir ins Gesicht gecoatet. Das hättest du wohl gerne. So was bauen wir jetzt noch. Wir haben immer noch 16 Minuten, wo ich irgendwas bauen muss. Kannst du ja länger machen als gerne. Ich baue jetzt mit Rohholz. Ich baue jetzt mit Rohholz. Also gar nicht uneffizient. Ich baue noch ein paar Birken. Ich baue jetzt einfach irgendwas, was schön aussieht. Also keine Statue. Ich bin hübsch. Wunderhübsch. Jetzt habe ich halt keine Axt mehr, ne? Ja, Pich. Pich für die Wild. Ich würde die gern falsch rum draufsetzen. Aber ich braue Holz für meine Burming mal. Für deinen Burming. Für deinen Siebst. Das sieht doch irgendwie hässlich aus, aber cool. So wie du. Ich bin Tull. Ich bin der tollste Mensch auf Eridin. Ach, aber Hitler. Ne, Hitler war böse. Ein bisschen. Das ist deine Lügen, die die Juden verbreiten. Die wollten alle mitmachen beim Jolo Klaus. Beim Jolo Klaus. Das meine ich vollkommen ehrlich. Sieht doch interessant aus, oder? Uh ja, sehr interessant. Du weißt gar nicht, was ich mache hier öfter. Ich könnte vielleicht mal hier Fenster einbauen, ne? Sehr schlaue Idee. Hast du eine Küche, Jürgen? Was? Eine Küche. Warum? Warum nicht? Nein. Sieht doch hübsch aus. Wo baust du den? Was? Das Holz. Da oben. Hä? Da oben baue ich Holz. Was? Wir wollten noch einen Garten bauen, aber... Mäh. Mäh. Warte, wo bist du? Komm her. Da oben. Ja, dann folge mir. Ich zeig dir, wo du's machen kannst. Komm. Ja, wo bist du, du Achter? Ich bin bei deinem hässlichen Viech. Das ist eine Schlafte von dir. Ja, sag ich doch. Ich muss noch viel hässlicher. Kapit. Hui. Aua. Guck. Oha. Warte, ich brauche ein Schnitzel. Das weh ich. Oh, ich brauche ein Schnitzel. Ich nehme mal ein Hühnchenschnitzel. Hier geht's roh, schmeckt es ecklich. Er wäre egal. Da ist, oder was? Naja, nicht noch weiter. Komm. Hier. Warum? Was? Hier. Äh. Ich finde natürlich erstmal ein brutales Schaft zu töten. Gehen wir's wieder zurück? Nein, du kannst da jetzt bauen. Achso. Na, wo? Pflanzen. Pflanzen. Ja, meine ich. Ja. Scheiß Baumknutsche. Warum höre ich dich bis hierher? Ach, hier. Habe ich nicht gemeint, da hinten, aber gut. Ich spawne doch sowieso, ist doch egal. Was ist das? Oh, oh. Was ist? Im Blatt gefangen. Man sollte auch den Warmten-Zempel treffen. Was? Du bist in deiner Mutter gefangen? Fühlt. 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 Taxi-Raxi. Oh, ich glaube das geht nicht. So. Ja, ich kommentiere gerade ein bisschen wenig, weil ich müde bin und krank. Also frag nicht nach, warum. Heute ist Dienstag, ne? Keine Ahnung, kannst du hören. Sag mal, was hast du da nicht für ein Leben? Ja. Wenn man keine Ferien hat, dann weiß man den. Aber keine Ferien. Ja, dann musst du ihn auch wissen. Warum? Weil gut. Weis. Du, 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 du. Ich weiß, die Folge hier ist nicht so verrückt, weil ich ein bisschen ruhiger bin. Aber es muss auch mal sein. Nein. 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 Error. Error. Nein. Error. Error. Nein. Nein. Error. Error. Aua. Nein. Ich habe einen Geist, wo es spukt. Goldbrot. Weißbrot. Oh, nee. Gott s bef founding Hero is blue. Ahhhh. H solving. Error. 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 Error! 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 Problem gelöst. Er hat seinen Penis in der Seitelichke� und jetzt hat er seine Lupe gefunden. Hallo Lukas! Können hier noch so ein schönes Nehmen wir mal komplett auf Und somit wäre meine letzte Handarbeit an dieser Welt getan Jawoll Jetzt räume ich alles weg Und ja dann gibt es morgen die letzte Folge In der wir über das neue Projekt reden Und ja Was heißt morgen Am Montag Wir müssen am Wochenende warten Die Küsten könnt dann eh wieder beschriften Wenn ihr die Welt runterladen wollt Das mache ich nicht mehr Habe ich keinen Bock Kann ich jetzt den Burning Man anziehen Nein du wartest Dass ich alles einsortiert habe Ja dann mach ihn fertig Dann kann ich dir helfen Ja dann beeil dich du Fotzenficker Das ist mein Vorgarten Aber egal Ey ist doch wunder Diese Hässlichkeit Sie hat mich So überwältigt Dass ich kurz weinen musste Ich habe noch nie so was hässliches Gesinnt Ich habe gedacht Ich bin der Warte ich gucke in die Facecam Oh du hast recht Ich habe mich plötzlich dann gemacht Dass ihr mich auch besser seht Hochprofessionell Was für Werkzeug brauche ich da alles Für was Ich würde es wegreißen Ich hoffe Hä Es ist nur Erde Bin ich schon viel Und Kitter Ich komme 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 Warum ist hier noch Wasser drin Wo Wasser Ja hier Wasser Warum ist hier eine Tür Das weiß ich nicht Soll ich das so lassen Oder Ja die Tür kann bleiben Das ist hübsch Hübsch Weitere nach oben Weitere nach Jetzt bauen wir die Gitter ab Die Gitter ab Die Gitter ab Jetzt bauen wir die Gitter ab Oh wie ist in du bin Und wo ist Erde Ich bin noch da hinten Der soll jetzt gegenüber von dir Äh Du musst noch größer als der Turm werden Dann bin ich zufrieden Anders gibt dir nichts aus Was Ich werde nicht größer als der Turm leider Aber wenn der Glück kam Fackelt auch noch ab Äh Dann muss aber Miefstift Den nachbauen Hör auf so zu reden Wie Sunny Kolokene Sie sagt Alles Tuk Tuk Ja Und da haben wir gerade Ein Zig Zags Vorbeifliegen sehen Pürten Ja pürt mich Du die hier Ich In dir Du bist ein dummer Hurensohn Tja sprühe dir einfach runter Aua Ich Ab Eiz So wie komme ich denn drauf Fertig Was Nein Nein Er hat mich gerade genial genannt Ich glaube das Universum geht gleich kaputt Ich glaube das Universum geht gleich kaputt Ne Hör auf Hör auf dich zu bewegen Bleib stehen Schon keine Erde mehr Ich auch nicht Ja auch noch 27 Ich glaube das ist Ich bin gerade nur ein bisschen rundig und hab gedacht, oh mein gut, jetzt bin ich kaputt. Hör auf, dass er verbeten wird, so rülpsen. Du brauchst die Macht von Lebties. Der Knarrengott. Der Knarrengott? Der Knarrengott. Der Gott der Knarren. Der Knarren. Ich hab gedacht, du guckst mal, wir haben ein 3 Projekt. Ich scheue überhaupt nichts von dir, hör mal zu. Wie lange brauchst du noch, liebe SXX? Es sind eine Minute zu viel. Ja, das ist perfekt, dann geht die Folge genau 20 Minuten. So geil, so geil. Ja, ich muss sowieso das ganze Zeug hier wegräumen. Lass dir Zeit. Mach's jetzt einfach perfekt. Das wird nicht funktionieren. Ich muss noch unten. Warte mich, danke schön. Warte. Ja, 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 ja. Wieso geht da eine Steinsreppe ins Nichts? Die geht nicht ins Nichts? Ach, die vom... Ach, die vom Turm, die... Wollte ich eigentlich... Abbauen? Die wollte ich eigentlich zu meinem Haus bauen. Ja, schlicht. Wir müssen noch die Leitern abbauen. Du hast meine Axt noch, oder? Ja. Gib mir die Axt. Falls ihr denkt, warum habe ich mich gerade ins Gesicht geschlagen, da war eine Schnarke. Das ist so spannend, die Leiter abzubauen. Ich glaube, das geht mit der Hand so gut. Geht mit der Hand, glaube ich, schnell oder so. Mach's meinen Burning Man kaputt. So. So. Jetzt gehe ich. Du hast ja meinen schönen Beanies. Dein Ernst. Zünd an. Los, tu ich's. Du brauchst auch ein bisschen foi foi. Fui 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 foi. Pata, Sponjka, foi foi. Tuul, du brinst ja. Hui tuul, er brinst. Gumm, zeig die selten weiter. Wie, der. Das stimmt. Schaf, komm mal mit. Komm, Schaf, komm. Guck mal, da ist foie. Du magst doch foie. Komm, komm, Schaf, komm. Komm. Ja, ist Frient. Hui, ja, die Quillerei, ja. Hui, ja. Ja. Wenigstens gibt's doch die Türe. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Ich glaube, ich nenne es Krebs. Tja, und damit ist das Let's Play schon fast vorbei. Morgen oder Monat kommt noch die letzte Folge. Und ja, was da passiert, seht ihr dann. Seht ihr dann, dann. Nein, kein Tee. Nimm Tee. Alter, du hast Glück, dass sonst nichts kaputt gegangen ist. Junge, ja, boah, jetzt kommst du nicht mehr zum Kopf hin. Du bist so intelligent. Du bist so intelligent. Da oben muss aber noch Flamme hin. Ja, nee, you don't say. Ich kümmere mich drum, hä? Hier. Ja, ne Feuerzeug. Ich suche nach Feuer, nehm' dem Feuerball raus. Und das hat auch nicht funktioniert. Gott, bin ich behindert. Bin mal gespannt, ob der auch wirklich ganz abbrennt am Ende. Ich springt, hurra, hurra, die Schule brennt. Hurra, hurra, die Schule brennt. Die Schule brennt, die Schule brennt. Schule brennt, Schule brennt. Schule brennt, Schule brennt. Schule brennt, springt, 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 springt. Ja, das ist meine Welt. Ist vielleicht jetzt nicht das, was man eigentlich in 300 Parts Minecraft erreichen kann. 300. Ja, ich hatte noch MC History, das hatte auch 100 Parts, aber es war Tool. Und ich werde nichts vergessen. Ich werde nicht vergessen, wie die Minecraft-WG da war. Ich werde nicht vergessen, wie TGLP da war. Und auch nicht wie der Liebe Heavy da war. Er hat da hinten gebaut, das sieht man jetzt aber gerade nicht. Vielleicht mache ich in der letzten Folge noch einen Rundgang, aber das muss ich mal gucken. Du lügst, da ist noch was. Da und da. Was? Ja, natürlich brennt das. Das ist Holz. Ja, aber das ist Minecraft. Gut, gut ist auch gewähnt. Mach, alles kaputt. Ich helfe. Wir müssen das Holzstück richtig. Ich habe es geredet. Nein. Das ist kaputt. Da ist noch ein Stück Penis. Du musst abpacken. What the fuck? Sex, Sex, hör auf. Toll. Ich muss noch ein Stirbschmännchen. Dann war es das. Gib dir den Ventar her, bitte. Geht nicht, warum? Oh, das ist so. Geht nicht, warum? Oh, das ist so. Gehen wir nochmal Sachen weg. Die Diamanten auch. Ends nach dem anderen haben wir ein Stück TNT. Wie viel hattest du? Du weißt, dass du das ganze Evental mit STRG-Leerzeichen leeren kannst. Oder mit Shift-Leerzeichen. Diamanten. So, habe ich wirklich alles? Ja, habe ich. So, gut. Dann danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Und jetzt verpies dich. Ich tue es noch, dass das Zeug anzutönen. Dann beenden wir die Folge. Dann gibt es morgen die epische letzte 200. Folge Minecraft. Die wird episch. Nicht morgen am Montag. Was sage ich denn? Nehmen wir mal eine Kutkaki. So, ich danke dir, dass du auch was auf dem Server... Ja gut, du hast jetzt doch nicht hinterlassen, aber wenigstens warst du da. Und hast die Aufnahme richtig krass downge... Weil du Down-Syndrom hast. So, ganz einfach. Elefanty ihn. Das ist elefantös, elefanten zu vergewaltigen. Der Name ist elefantös. Ja, wie deine Mutter. Den Typen werden im nächsten Jahr öfters sehen, weil LOL und so weiter. Ja, klar. Als ob... Ich möchte bei meinem Kanal nicht mehr ein bisschen schatzen. Wir haben uns ganz doll lieb. Er hat mich... Er hat mich sogar gestern vergewaltigt. Ja, hui, Tool. Anus. Ja, Anus. Ich weiß nicht, warum ich jetzt... Obwohl, in der nächsten Folge wird sowieso nichts gebaut. So, ich esse mich noch kurz voll. Hä? Oh nein, ich bin Level 2. Und dann gehe ich jetzt mal kurz in die Lava. Dass ich auch keine Level mehr habe. Einfach so. Ja. Ich habe ja mein Zeug... Äh, habe das Zeug gerade einsortiert. Gut, dann danke für Zuschauen von der Folge Minecraft. Die nächste Folge kommt dann am Monat. Das ist dann die letzte Folge. Was wird geschehen? Verrückte Dinge. Verrückte Sachen. Oh mein Gott. Was wird geschehen? Seht es am Montag. Oh nein, vergatet. Ich mache einfach... Ich leide einfach in Schweizer Betuch. Denke für sie mich ja nur. Tschüss. Nee. Ich kriege dich hinab jetzt. Warum nicht der Hunde? Wie du mit der Hunde gehst. Der erste Folge kommt dann am Montag. Wenn ich das nicht richtig... Warte, ich muss jetzt kurz überlegen, ob ich mich vertan habe. Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Ja, die kommt am Montag. Gut, danke für's Zuschauen. Einen schönen Tag. Link zu euren Playlisten und allem. Kacke in der Beschreibung. Dann ganz sechs, sechs fürs Mitmachen und fürs Bauen. Ich hoffe, wir gehen. Und dann tschüss, silly. Sag noch tschüss. Er sagt tschüss.